Die 70 Jahrwochen Daniels Eine andere Sicht Kapitel 1 Vorwort Im Buch Daniel sind zwei Prophetien besonders prominent. Das Standbild Nebuchadnezzars in Kapitel 2 und die Prophetie der 70 Jahrwochen in Kapitel 9. Das vorliegende Buch konzentriert sich auf Zweiteres. Es wird gezeigt, dass die übliche und weit verbreitete Berechnung der 70 Jahrwochen vom Erlass des Ataxerxes im Jahr 445 v. bis auf den Todestag Christi bei näherer Betrachtung des Bibeltextes nicht mehr haltbar ist und verworfen werden muss. Stattdessen wird gezeigt, dass der Engel in Kapitel 9 Vers 25 Daniel anweist, vom Jahr 605 v. Chr. bis zu Kyrus bzw. bis zu Antiochus Epiphanes zu rechnen. Damit ist allerdings die übliche Berechnung der 70 Jahrwochen bis ins Sterbejahr Jesu unmöglich geworden, was wahrscheinlich zu Widerspruch gegenüber der hier vorgenommenen Auslegung führen wird. Aber der Textbefund lässt keine andere Deutung mehr zu. Andererseits entsteht so eine inhaltliche Harmonisierung des Buches Daniel, die mit der bisherigen Auslegungsweise nicht möglich war. Möge es der Gemeinde Gottes dazu dienen, auch weiterhin ein unerschütterliches Vertrauen in das Wort Gottes zu haben und so im Glauben an unseren Herrn Jesus Christus gestärkt und gefestigt zu werden für die vor uns liegenden Zeiten. Der Autor wünscht allen Lesern einen gesegneten Gebrauch. Im Januar 2023 Kapitel 2 Die bisherige Lesart Bei der Berechnung der 70 Jahrwochen aus Daniel 9 Vers 24-27 werden vielfach die ersten sieben und die 62 Jahrwochen zu 69 Jahrwochen addiert. Damit entstehen zwei Perioden, eine von 69 Jahrwochen und eine letzte 70. Jahrwoche, wie in der nachfolgenden Abbildung 1 gezeigt wird. Der Engel spricht aber von drei Perioden, sieben Jahrwochen, 62 Jahrwochen und eine Jahrwoche. Diese drei Perioden auf nur noch zwei zu reduzieren, widerspricht also dem Bibeltext. Dennoch fassen die allermeisten Ausleger die sieben und die 62 Jahrwochen durch Addition zu einer einzigen Periode von 69 Jahrwochen zusammen. In dieser Art der Berechnung werden die ersten 69 Jahrwochen vom Erlass des Ataxerxes im Jahr 445 v. Chr. bis auf den triumphalen Einzug Christi in Jerusalem bzw. bis auf den Tag seiner Kreuzigung berechnet. Allerdings hat diese Art der Deutung wesentliche Mängel. Erstens, man reduziert die vom Engel vorgegebenen drei Perioden auf nur noch zwei. Zweitens, man rechnet vom Erlass des Ataxerxes bis zum Einzug Christi in Jerusalem bzw. bis in sein Sterbejahr, in dem man 69 Jahrwochen mittels einer Umrechnung von Mond in Sonnenjahre um rund sechs Jahre verkürzt. Drittens, man wählt mit Ataxerxes willkürlich einen heidnischen König, weil die vorgenannte Rechnung nur von ihm aus funktioniert. Begründet wird das damit, dass er allein, im Gegensatz zu Kyrus und Darius, den Erlass zum Bau der Stadtmauer und nicht des Tempels gegeben habe, wie die beiden vor ihm. Viertens, man ignoriert den Befehl Gottes zum Bau Jerusalems, der in Esra 6, Vers 14 aber ausdrücklich und vorrangig erwähnt wird. Fünftens, man behauptet, auf diese Weise das Sterbejahr Christi exakt errechnet zu haben, wobei das Sterbejahr Christi nicht bekannt ist, weil hierzu weder biblische noch außerbiblische Quellen existieren. Man kann aber nicht auf ein Referenzjahr plausibilisieren, das nicht bekannt ist. Sechstens, man behauptet, dass nach den ersten sieben Jahrwochen die Stadt Jerusalem wiederhergestellt worden sei, wohingegen der Engel sagt, dass nach sieben Jahrwochen ein gesalbter Fürst kommt, und so weiter. Es wird regelmäßig betont, dass der Engel Daniel aufgerufen habe, gut zuzuhören und zu verstehen, und dass auch wir beim Lesen der Verse ebenfalls dazu aufgerufen seien. Anschließend nehmen aber viele Ausleger, auf der Basis der obigen Kalkulation, eine Deutung vor, die bei näherer Betrachtung profunde Mängel aufweist, die in den folgenden Kapiteln gezeigt werden sollen. Kapitel 3 Der Erlass des Ataxerxes Insgesamt gab es drei Edikte heidnischer Könige, den Tempel bzw. Jerusalem wieder zu bauen, den von Kyrus, den von Darius und den von Ataxerxes. Der Erlass von Ataxerxes erfolgt im Jahr 445 v. Chr. Dieses Datum wird von den Auslegern allein deshalb für den Start der 70-Jahrwochen gewählt, weil eine Berechnung, die bis ins vermutete Todesjahr Christi reicht, nur von diesem Jahr aus funktioniert. Begründet wird die Wahl dieses Startpunkts damit, dass allein Ataxerxes den Erlass zum Bau der Stadtmauer gegeben habe, während Kyrus und Darius lediglich den Bau des Tempels befohlen hätten. Jerusalem sei aber erst mit dem Bau der Mauer vollständig fertig gebaut gewesen. Aber den Bau einer Mauer fordert der Engel in Daniel 9, Vers 25 nicht, sondern lediglich den Bau von Plätzen und Gräben. So steht in Daniel 9, Vers 25, Um es noch deutlicher zu sagen, Plätze und Gräben sind Tiefbauarbeiten, während der Bau einer Mauer ein Hochbau ist. Der Engel fordert lediglich den Tiefbau, also Plätze und Gräben. Daher sind mit deren Fertigstellung alle Anforderungen zum Bau der Stadt Jerusalem erfüllt. Zudem wird fast immer die Tatsache ignoriert, dass Gott selbst auch einen Befehl zum Bau Jerusalems gegeben hat, der im Buch Esra ausdrücklich erwähnt wird. Esra 6, Vers 14 Es sind also insgesamt vier Befehle zum Bau Jerusalems gegeben worden, wobei der erste Befehl von Gott selbst kam. Um den Zeitpunkt des Beginns der 70 Jahrwochen zu finden, sind also nicht allein die Zeitpunkte der Erlasse der drei heidnischen Könige zu untersuchen, sondern in erster Linie der, an dem Gott seinen Befehl dazu gab. Daniel las laut Daniel 9 im Propheten Jeremia und achtete dort auf die Anzahl der Jahre, die Gott für die babylonische Gefangenschaft festgesetzt hatte. Daniel 9, Vers 1 und 2 Im ersten Jahr des Darius merkte ich Daniel in den Büchern auf die Zahl der Jahre, davon der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia, dass Jerusalem sollte 70 Jahre wüst liegen. Daniel hat also entweder Jeremia 25 oder Jeremia 29 oder beide Kapitel gelesen, denn nur in diesen Kapiteln des Buches Jeremia sind die 70 Jahre babylonischer Gefangenschaft erwähnt. Jeremia 25, Vers 12 Und Jeremia 29, Vers 10 Daniel las und durchdachte diese beiden Bibelstellen, worauf der Engel erschien und ihm die Prophetie der 70-Jahrwochen eröffnete. Interessant ist, dass der Erlass Gottes zum Bau Jerusalems in Jeremia 25 wörtlich erwähnt wird. Jeremia 25, Vers 1 Dies ist das Wort, welches zu Jeremia geschah über das ganze Volk Judah. In Kapitel 25 geschieht also ein göttliches Wort an Jeremia. Wenn der Engel in Daniel 9 sagt, vom Ausgang des Wortes Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, meint er dieses Wort aus Jeremia 25, Vers 1. Wenn aber bereits im Buch Jeremia ein Wort Gottes über die Beendigung der 70-Jahrwochen und die Rückführung der Juden geschah, dann ist das der göttliche Befehl, den Esra in Kapitel 6, Vers 14 erwähnt. Wenn zudem der Engel mit den Worten beginnt, 70 Siebener, in Klammern Wochen, sind bestimmt über dein Volk und deine heilige Stadt, liegt es mehr als nahe, dass der Engel damit Gottes Befehl in Jeremia 25, Vers 1 gemeint hat, denn die 70 Siebener sind ein Wortspiel, das sich auf die 70-jährige babylonische Gefangenschaft bezieht. Gott selbst hat also als Erster den Erlass zum Wiederaufbau der Stadt Jerusalem und des Tempels gegeben und nicht drei heidnische Könige. Deren Erlasse hat Gott in Jeremia 25 vorhergesagt und Jahre später selbst herbeigeführt, denn er führt ihnen allen das Herz. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass bei den Erlassen von Kyrus, Darius und Ataxerxes kein Bezug auf die 70 Jahre babylonischer Gefangenschaft genommen wird. Vielmehr wird in 2. Chronik 36 der Stelle über den Erlass des Kyrus sogar explizit auf Jeremia zurückverwiesen. Vers 22 Und auch Ezra verweist auf Jeremia, wenn er in Ezra 1, Vers 1 sagt, Im ersten Jahr des Chores des Königs in Persien, das erfüllt würde, das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias geredet, erweckte der Herr den Geist des Chores des Königs in Persien. Und so weiter. In Ezra 5 und 6 wird beschrieben, dass der Erlass des Darius zur Fertigstellung des Tempels auf den Erlass des Kyrus und damit ebenfalls auf Jeremia und damit letzten Endes auf Gottes eigenen Befehl zurückging. Ezra 5, Vers 13 folgende Aber im ersten Jahr des Chores des Königs zu Babel befahl derselbe König Chores, dieses Haus Gottes zu bauen. Weiter in Vers 17 Gefällt es nun dem König, so lasse er suchen in dem Schatzhause des Königs, das zu Babel ist, ob es von dem König Chores befohlen sei, das Haus Gottes zu Jerusalem zu bauen und sende zu uns des Königs Meinung darüber. Kapitel 6, Vers 1 Da befahl der König Darius, dass man suchen sollte in der Kanzlei im Schatzhause des Königs, die zu Babel lag. Und weiter in Vers 7 Lasst sie arbeiten am Hause Gottes, dass der Juden Landpfleger und ihre Ältesten das Haus Gottes bauen an seine Städte. Auch ist von mir befohlen, was man den Ältesten der Juden tun soll, zu bauen das Haus Gottes, nämlich, dass man aus des Königs Gütern von den Renten jenseits des Wassers mit Fleiß nehme und gebe es den Leuten, dass man ihnen nicht wehre. Es existieren also insgesamt vier Erlasse Jerusalem beziehungsweise den Tempel wieder zu bauen. Der des Gottes des Himmels, der des Kyrus, der des Darius und der des Ataxerxes. Ich verwende für meine Berechnung der 70-Jahr-Wochen den Erlass Gottes und zeige weiter unten, welche zusätzlichen Gründe dafür sprechen. Kapitel 3.1 Jeremia 25 oder Jeremia 29 Daniel muss Jeremia 25 und Jeremia 29 gelesen haben, denn nur dort werden die 70-Jahr-Wochen babylonischer Gefangenschaft und deren Ende erwähnt. Aber welches der beiden Kapitel ist das Richtige, um die Berechnung der 70-Jahr-Wochen starten zu lassen? Kapitel 29 enthält keinerlei Datumsangabe. Dort schreibt Jeremia den Exzolanten in Babylon einen Brief. Das Datum der Abfassung des Briefs lässt als frühesten Zeitpunkt 586 v. Chr. zu, denn der Brief erwähnt sowohl Hauptleute und Oberste des Volkes als auch einfache Leute, die in die Gefangenschaft deportiert worden waren. Eine derart umfängliche Umsiedlung erfolgte aber frühestens ab dem Jahr 586 v. Chr. Im Jahr 605 v. Chr. hingegen wurden nur einzelne aus der Elite des jüdischen Volkes umgesiedelt, während das übrige Volk im Land verblieb. Eine genauere Datierung von Kapitel 29 existiert nicht, was die Festlegung eines exakten Startjahres für die Berechnung der 70-Jahr-Wochen verunmöglicht. Außerdem geschieht in Kapitel 29 kein Gotteswort. Der Engel hatte ja von einem Ausgehen des Wortes gesprochen, das Jerusalem wieder gebaut würde. In Jeremia 29 legt Jeremia aber den Exzellenten lediglich das Wort aus, das 19 Jahre vorher zu ihm von Gott geschah. In Kapitel 29 redet also lediglich ein Prophet zum Volk und deutet Gottes Wort für das Volk, aber es geschieht dort kein Wort Gottes, weder an Jeremia noch an das Volk. In Kapitel 25 hingegen geschieht ein Wort Gottes an Jeremia und es werden gleich drei Zeitpunkte genannt, an dem dieses Wort geschah. Jeremia 25 Vers 1 bis 3 Dies ist das Wort Hebräisch Hadabah, welches zu Jeremia geschah über das ganze Volk Judah im vierten Jahr Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs in Judah, welches ist das erste Jahr Nebukadnezars, des Königs zu Babel, welches auch der Prophet Jeremia redete zu dem ganzen Volk Judah und zu allen Bürgern zu Jerusalem und sprach, es ist von dem dreizehnten Jahr an Josias, des Sohnes Ammons, des Königs Judas, das Herrnwort zu mir geschehen bis auf diesen Tag und ich habe euch nun 23 Jahre mit Fleiß gepredigt, aber ihr habt nie hören wollen. Das vierte Jahr Jojakims war das Jahr 605 vor Christus. Das erste Jahr Nebukadnezars war das Jahr 605 vor Christus. Das dreizehnte Jahr Josias, zuzüglich 23 Jahre Dienstzeit Jeremias, war ebenfalls das Jahr 605 vor Christus. Es scheint Gott ganz offensichtlich sehr wichtig gewesen zu sein, dass ausdrücklich und unmissverständlich festgehalten wurde, wann genau Kapitel 25 verfasst wurde, denn er schaltet gleich drei Zeitangaben in drei Versen hintereinander. Wenn also das Jahr 605 vor Christus für die Berechnung der 70 Jahrwochen verwendet wird, ist dieser Startpunkt im Wort Gottes dreifach definiert. Allerdings, und das sei vorweggenommen, reichen die 70 Jahrwochen, wenn man sie von diesem Datum aus berechnet, nicht bis ins Sterbejahr Jesu. Kapitel 4 Die verkürzten Jahrwochen Weder das Geburtsjahr noch das Sterbejahr Jesu sind bekannt. Es gibt in der Bibel und auch in außerbiblischen Quellen keine belastbaren Informationen dazu. Man vermutet, dass das Sterbejahr Jesu zwischen 30 und 33 nach Christus war. Genaueres wissen wir nicht. Gleiches gilt für die Geburt Jesu, die frühestens 7 vor Christus und spätestens 4 nach Christus gewesen sein mag. Es ist also nicht seriös, sich auf ein genaues Sterbejahr Jesu festzulegen, was aber die Ausleger im Allgemeinen auch nicht tun. Indem man aber die ersten 7 und 62 Jahrwochen zu 69 Jahrwochen addiert und bei Ataxerxes im Jahr 445 vor Christus startet, kommt man ins Jahr 38 nach Christus und nur unter Zuhilfenahme einer Umrechnung von Mondjahren in Sonnenjahre ins Frühjahr des Jahres 32 nach Christus. Über dieses Ergebnis ist man derart glücklich, dass das ermittelte Jahr 32 nach Christus als wissenschaftlich gesichert gepriesen wird, weil es durch die vorgenannte Berechnung angeblich prophetisch bewiesen werden konnte. Aber bei dieser Art der Berechnung hat man nur noch 68,14 Jahrwochen und keine 69 mehr. Das ist gravierend, denn es fehlt eine knappe Jahrwoche. Außerdem stellt sich die Frage, ob eine derartige Berechnung überhaupt zulässig ist. Hatte sie nicht profunde Mängel, wie oben erwähnt? Bieten diese Mängel eine stabile Basis für eine seriöse Berechnung? Wollte der Engel tatsächlich, dass eine Umrechnung in 173.880 Tage vorgenommen würde? Hat er auf Jesus Christus hinweisen wollen, oder kündigte er nicht vielmehr das Kommen einer großen Verwüstung an, die bis zum Ende dauern würde? Ist der tatsächliche Startpunkt der 70 Jahrwochen denn überhaupt der letzte Erlass, der von Ataxerxes, oder ist es nicht vielmehr der erste, nämlich der von Gott? Diese Fragen drängen sich bei genauerer Betrachtung der Texte geradezu auf. Eindeutig ist hingegen, dass das exakte Sterbejahr Christi nicht bekannt ist und deshalb auch kein Referenzjahr existiert bis zu dem gerechnet und auf das plausibilisiert werden könnte. Allein der Umstand, dass das Ergebnis der falschen Berechnung zufällig innerhalb der zeitlich erlaubten Spanne zu liegen kommt, ist noch kein Beweis für deren Richtigkeit, aber das soll später noch detailliert erörtert werden. Zunächst soll untersucht werden, ob das Argument wahr ist, dass sieben Jahrwochen, also 49 Jahre, nach dem Startpunkt der herkömmlichen Berechnung Jerusalem wieder erbaut wurde. Kapitel 5 Die Wiederherstellung Jerusalems Der Engel sagt in Daniel 9 Vers 25 Dass nach sieben Jahrwochen ein gesalbter Fürst kommen wird. Dem entgegen wird in der bisher üblichen Berechnung regelmäßig angeführt, dass nach sieben Jahrwochen die Stadt Jerusalem wieder hergestellt worden wäre. Der Grund dafür ist folgender. Wenn man die sieben und die 62 Wochen zu 69 Wochen addiert, bleibt die Frage offen, warum der Engel nach sieben Wochen eine Zäsur vornimmt. Es wird regelmäßig mit der Behauptung und mehr als eine Behauptung ist es nicht begründet, dass nach 49 Jahren, also im Jahr 396 vor Christus, Jerusalem wieder vollständig aufgebaut gewesen sei. Aber das ist ein Pseudo-Argument und einige Ausleger geben ehrlicherweise offen zu, dass sie nicht wissen, warum der Engel die ersten 69 Jahr Wochen in 67 und 62 Jahr Wochen aufgeteilt hat. Trotzdem bauen viele ihre gesamte Rechnung auf eine solche zeitliche Addition der 67 und 62 Jahr Wochen auf, ohne wirklich zu wissen, was sie tun und warum. Eine solch ungewisse Vorgehensweise birgt aber immer die Gefahr, ein falsches Ergebnis zu errechnen. Ein Ergebnis, das auf tönernen Füßen steht. Und das tut es tatsächlich. Kapitel 5.1 Das Argument der Wiederherstellung Jerusalems Das Jerusalem nach 49 Jahren, also im Jahr 396 v. Christus wieder vollständig aufgebaut gewesen sei, ist ein Pseudo-Argument. Denn zu der Zeit war Jerusalem schon seit rund 140 Jahren wieder besiedelt und bebaut. Denn die Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft erfolgte bereits ab dem Jahr 535 v. Christus, mithin 70 Jahre nach dem Angriff Nebukadnezars auf Jerusalem im Jahr 605 v. Christus. Spätestens im Jahr 515 v. Christus, also mindestens 120 Jahre früher, muss Jerusalem bereits wieder gut besiedelt gewesen sein, denn Haggai tadelt die damaligen Juden, dass sie schon wieder in getäfelten, also luxuriös ausgebauten Häusern lebten, während der Tempel noch brach lag, dessen Bau Kyros erlaubt und befohlen hatte. Haggai 1, Vers 4 Ist es für euch selbst Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus wüst liegt? Während die ersten Rückkehrer also bereits 535 v. Christus in Jerusalem eintrafen und der Tempel im Jahr 515 v. Christus wieder errichtet war, soll erst 140 Jahre später, im Jahr 396 v. Christus Jerusalem fertig gebaut gewesen sein, so zumindest die Rechtfertigung in der bisherigen Berechnung ab dem Erlass des Ataxerxes im Jahr 445 v. Christus. Aber im Jahr 396, also 49 Jahre später, war Jerusalem bereits seit 140 Jahren wieder besiedelt und die Rückkehrer bewohnten schon seit 120 Jahren bestens ausgebaute Häuser. Zur Verdeutlichung der Anfang der 70 jährigen babylonischen Gefangenschaft war 605 v. Christus. Das Ende der babylonischen Gefangenschaft war 535 v. Christus. Die Rückkehr und Besiedlung Jerusalems erfolgte ab 535 v. Christus. Die Fertigstellung des Tempels unter Serubabel dann 20 Jahre später im Jahr 515 v. Christus. Und das angebliche Ende der ersten sieben Jahr Wochen laut herkömmlicher Berechnung soll das Jahr 396 v. Christus gewesen sein. Aus der obigen Liste ist zu entnehmen, dass die nach Jerusalem zurückgekehrten Juden bereits innerhalb von 20 Jahren nach ihrer Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft getäfelte Häuser ihr eigen nannten. Die Besiedlung der Stadt hat also nicht mal 20 Jahre gedauert. Dennoch wird noch immer von vielen Auslegern die Zäsur der ersten 69 Jahr Wochen in 7 und 62 Jahr Wochen damit begründet, dass Jerusalem erst nach Ablauf der ersten sieben Jahr Wochen vollständig fertig gebaut gewesen sei. Eine solche Auslegung macht aber keinen Sinn und entspricht auch nicht dem biblischen Bericht. Kapitel 5 Punkt 2 Die Stadtmauer Dem historisch und biblisch hergeleiteten Argument, dass Jerusalem zur Zeit des Ataxerxes schon viele Jahrzehnte lang besiedelt war, wird entgegnet, dass erst unter Nehemia die Stadtmauer fertiggestellt worden sei. Aber wie schon gesagt, fordert der Engel in Daniel 9 Vers 25 nicht die Fertigstellung einer Stadtmauer, sondern lediglich den Bau von Plätzen und Gräben, also lediglich eine Besiedlung der Stadt und keine fertiggestellte Stadtmauer. Daniel 9 Vers 25 Der Engel macht also innerhalb der 69 Jahrwochen Periode nach sieben Jahrwochen eine Zäsur, die die Ausleger erklären und begründen müssen, es bei näherem Hinsehen aber nicht können. Das alles zeigt, wie schwach das Argument ist, dass man ab dem Erlass des Ataxiaxes rechnen müsse, weil erst 49 Jahre später die Mauer gebaut worden und erst so ganz Jerusalem fertiggestellt worden sei. I S 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 Vielen Dank.